... kann ich das Überflückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Hmm, leise. Okay, dann mal los! Pfff! Es hat geklappt! Bäm! Braver, Junge! Das ist schon besser! Ja, Steuerung ist wie bei The Witcher. 1A genauso. Geil Haben die cool gelöst Dieses Reitier Problem Also es gibt ja kein Problem, aber Schon cool So, wir reisen jetzt mal Zum Haupttor Den Wir wollen ja mit der Quiz weiter machen Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken Man kann vermutlich nicht alle reiten Aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie Ach wie cool Man kann ihn sogar rufen Ach wie niedlich Nein Ich will dich jetzt nicht haben Ich will jetzt auch nicht kuscheln So, können wir nicht Ach so, hier können wir Okay Oh, epische Hier Alter Schwede Hier können wir epische Rüstung kaufen Oh, blaue, blaue Ein epischen Bogen Kristallgeflecht Ne, das haben wir leider nicht Wir könnten theoretisch Ähm Das hier kaufen Ein Kaya Jägerbogen In Besitz Ein Achso, einen haben wir Echt Glaub ich es einen Zache Oh Gut zu wissen, dass man weiß Was man im Inventar hat und was nicht Ähm Inventar Ja genau Lass uns jetzt mal unsere Fertigkeiten hier machen Ähm Ähm Okay Einen zusätzlichen Pfeil anzulegen Ist auch geil, ne Doppelschuss Ich bin aber Da ich ja sehr viel in Nahkampf gehe Äh Das ist eigentlich schon ziemlich cool, oder? Was machen wir jetzt auch hier Oh, das ist natürlich auch geil Ja, ne Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel Und verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels Verlängert die Überbrückung von Maschinen auf unbegrenzte Zeit Ich mach mal das hier Und ich denke mal das Genau So Hab jetzt einfach mal beschlossen Ähm Quests Nebenquests So Wir haben noch die Nebenquests Stimmt Ups Ach, wieso Ach Ja gut Dann machen wir das jetzt eben So Wir haben hier ein Pferdchen Zack Dann können wir hier eben auch eben schnell Genau Hinreiten Und wir rüber Ne Schon mal nicht Ich will den metallischen Geschmack Boah So, komm Nein, ich ging Baum laufen Los Da war auch noch eine Nebenqueste Das Wir machen jetzt mal die da hinten Da können wir erst mal Genau Mal mit dem runter springen oder so Natürlich nicht Gut Dann lass es hier Den Rest müssen wir laufen Hallo 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 Ich glaube nämlich, dass Da hinten Irgendwas sein wird Irgendwie Eine Metallblume Oder sowas Das muss Bromslager sein Ich sollte diese Wächter ausschalten So So Blut Doch keine Leiche Dahinter muss noch mehr stecken Wie war denn das jetzt noch? Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen Dann wunderschönen guten Mittag, oder? Redger 89 Grüße dich Spur markieren Zack Zack Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Rom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein Und es führt von hier weg Ah, verdammt Ich muss das ja erstmal Die Spuren hier lesen Moment Zack So In welche Richtung laufen wir jetzt? Ach, wir laufen hier quasi wieder zurück, ne? Mich würde nämlich mal interessieren, was hier hinten ist Aber das müssen wir jetzt nicht machen So, das können wir denn ja Irgendwann später machen Ein Eimer Wir haben ein Eimer gefunden Ah Ja, wie gesagt, tut mir leid Die Steuerung von gestern Zelda bin ich noch gewohnt Die ist schon Sehr anders So, jetzt müssen wir wieder markieren Aber der von dem sie stammt Muss auch Spuren niederlassen haben Zack, zack, zack Hier sehen wir wieder Glühwöhnchen Glüh? Glühwöhnchen Ja Zack Zack Ah Hier wieder was Zack Zack Das war keine Warnung Oh Zack Zack Ging ja flott So Das ist, denke ich mal, Holz hier, ne? Jo Noch mal schnell die hier lupen Ich brauche nur noch einen Gegner Was habe ich doch gerade gehört Das war bestimmt ein Fuchs oder sowas Nützlich für eine alte Rezeptur Was sie jetzt nicht sieht Äh, weil da oben nämlich, äh Die Facecam drüber ist Ähm, das ist die, ja Die Experience Bar Ähm Und die ist fast voll Die brauchen nur noch, äh 55 XP Das ist verrückt Blut im Lager wohl von diesem Eberstamm Ah ja Hier, untersuchen Als Brum nass war Warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schreinschänden? So Spur markieren Wie gesagt, bei Zelda ist nämlich, äh A Ne, B Ne Ach, ich weiß das gerade nicht mehr Was haben diese Plünderer denn da? Zack Tot Auf jeden Fall ist die Scheuerung bei Zelda genau verkehrt rum Wie hier Und deswegen ist es ein bisschen verwirrend immer So, müssen wir hier noch, ja ne Spur markieren Können wir da hinten noch die Ich glaube wir müssen Feige herstellen Der hat 10 Stück verbraucht Zack Oh, der etwas blaues für uns Sehr schön Und da hinten Ja, wo ich gerade Maschinenausbeuterkiste sehe Wir haben ja auch noch im Inventar die ganzen Ähm Maschinenkisten Wo die Rohstoffe drin sind Aber wir haben so viele, die wir bisher nicht gebraucht haben Dann müssen wir hier hoch Naja Zack, zack Jemand hat diese Vorräte geplündert Ruhm war sehr lange ausgestoßen Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Spur markieren Oh, boah Ich werde es auch nie lernen So Das sind die Vorräte aus dem Lager Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen Tja, ist eine gute Frage So, da oben ist auch schon Brom Zuck Ich schwör's Ich bring mich um Ich bring mich um Bevor ich hier wehtue Ja, ja, ja Den kriegen wir gleich schon wieder ins Gleichgewicht Ich schwör's Ich bring mich um Ich bring mich um Bevor ich hier wehtue Du Bist kein Geist Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom Nein Lass mich in Ruhe Siehst du nicht Dass ich Ich Nachdenken muss Ich Wie soll ich denn nachdenken Wenn alle mich anschreien Ja Also Entweder wir gehen hier Forsch vor Reiß dich zusammen Etwas mit Köpfchen Komm näher Da muss ich dich nicht anbrüllen Oder Mit Liebe Ich weiß, es ist hart Aber ich kann helfen Ich würde sagen Wir gehen mal ein bisschen smart vor Und sagen Komm näher Dann muss ich nicht so brüllen Ich schreie nicht Du bist ein guter Zuhörer Also hör mir zu Wie du den anderen zuhörst Sie Sie sagen Ich soll nicht hinhören Aber Olara sagt immer Wenn Ich den Sprecher sehe Wäre es okay Na gut Ich höre dir zu Viel besser Jetzt erzähl mal Was bedrückt dich Die Geister der Vergessenen Von der Urmutter Verfluchte Seelen Ihre Stimmen Lassen mich nicht in Ruhe Sie wollen, dass ich Dinge tue Menschen wehtue Wenn ich zu den Nora zurückgehe Muss ich vielleicht sogar Olara wehtun Er Er bringe ich mich um Als das zuzulassen Musst du denn auf die Geister hören, Brum? Sie sprechen jetzt gerade mit mir Sie sind immer da Kümmern sich um mich Leisten mir Gesellschaft Helfen mir Außer wenn sie schreien So wie als dieser Jäger mich niederschlug Schlag ihm den Schädel ein Sagten sie Das tat ich Brum Du lebst Urmutter sei Dank Ist doch schlecht synchronisiert, oder? Ich musste selbst sehen, dass er okay ist Oh nein Nein, 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 nein Nein Bitte, Schwester Ich kann dich nicht schützen Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brum Ähm, bist du sicher? Die Stimmen, die er hört, wollen Blut Sogar deins Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun Ich kümmere mich um ihn, seit ich sechs war Ich Ich will dir nicht wehtun Aber die Vergessenen Ihre Ihre Stimmen Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei Der ist schizophren, definitiv Der hat einen zu viel auf den Kopf bekommen Er ist eine Gefahr für andere Definitiv Hör auf sie und geh deinen eigenen Weg Tut mir leid, Olara Aber sie hat recht Du, du Du wirst mir fehlen Aber sie leisten mir Gesellschaft Ich muss gehen Nein Tu das nicht Dann folge ich dir Ich bring mich um, bevor ich dir weh tue, Schwester Also folge mir nicht Leb wohl Alle haben immer gesagt Brumsgeist sei schwach Doch Du hast deine Stärke gehört Nur jemand Starkes Könnte seine Bürde tragen Na Wenigstens konnten wir lebwohl sagen Dafür danke ich dir, Aloy Aber jetzt Muss ich allein sein Was mir sehr, sehr gut gefällt Sind die Gesichtsanimationen Das mit den Augen Das sah eben bei Tee sah ja schon auch richtig, richtig gut aus Also das gefällt mir sehr, sehr gut Was denen nicht so gelungen ist Äh Finde ich persönlich Sind die Synchronsprecher der Nebenquests Wie man jetzt hier gehört hat Äh Aber das ist denke ich immer noch auf hohem Niveau Der Rest ist ja nämlich ziemlich, ziemlich gut Aber, naja Ja, ihr Lieben Denkt dran Heute Abend Ab 19 Uhr Machen wir die Verlosung Da wird denke ich mal auch Einiges mehr los sein Ähm Ich gehe jetzt nämlich Fußball schauen Ist schon Eine Minute nach halb vier Wir drücken wer da mal die Daumen Warte, ich muss ja noch zum nächsten Feuer hier Äh Ah ne Reisen So Ja Ähm Ja Werde die Daumen drücken Dass sie gewinnen Und dann sehen wir uns Ab 17.30 Uhr Stream ich wieder Ab 19 Uhr machen wir wie gesagt Die Verlosung Würde mich freuen Wenn alle dabei sind Ja 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 Vielen Dank.